hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ls19 so unser zuckerrohr ja möchte gern heini sage ich jetzt mal der arbeitet fleißig weiter wir schnappen uns jetzt den anhänger hier denn ihr werdet sicherlich gerade gesehen haben unsere felder sind gewachsen hallo okay so wir werden die fehlte ab und die hühner haben noch keine eier gelegt ohne mistbratz so wir stellen unseren anhänger natürlich hier mittig zwischen die felder so ich darf ja wieder nicht hin und her switchen wurde mir verboten verstehe ich im real life kann man es ja auch nicht hier ist unsere erntemaschine ja da ernten wir heute einfach mal ein bisschen hier gemütlich ab das wird wohl eine eher langweilige folge weil ich nur aber ernten sein werde heute und ich auch nicht wirklich weiß über was ich reden könnte ähm brescher aufklappen x okay dann warten wir noch so ernten wir einfach mal ein bisschen ab ich überlege mir jetzt in der weile noch ein thema über das wir reden könnten über artikel 13 müssen wir nicht unbedingt reden das thema ist mittlerweile ausgelutscht da gibt es massig videos drüber und ich werde das thema auch nicht anschlagen da ich kein clickbait begehen möchte machen möchte wie auch immer denn mir ist aufgefallen dass viele die artikel 13 erwähnen und vor allem ihren video titeln erwähnen die begehen damit einfach nur clickbait klicks zu generieren und 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 das brauche ich nicht da ich youtube nur spaß an der freude mache und ja was könnte man reden es gibt bald ein neues projekt auf oder zwei neue projekte auf meinem kanal wann die genau anlaufen weiß ich noch nicht das wird einmal so forest sein als rp und einmal das minecraft mod pack stranded als rp ähm jeder der sich dafür interessiert für das minecraft projekt oder für das forest projekt kann sich gerne auf meinem discord melden und whitelisten lassen ähm das whitelist verfahren für stranded geht noch eine ganze weile da wir erst genetic science zu ende bringen wollen ich müsste jetzt lügen und sagen ich bin bei folge schießt mich dort keine ahnung auf meinem kanal und ich hab wenn ich mir jetzt den ort noch anguckt bis folge 53 vor produziert da ich den server nur einmal die woche anschalten zum aufnehmen damit wir den spiel spaß nicht verlieren weil wenn man dauerhaft an einem projekt spielt verliert man schnell den spiel spaß so das ähm forest rp projekt wird wohl genauso sein also der server wird einmal die woche oder zweimal die woche je nachdem anschalten dass wir das als rp schön spielen ich möchte gerne mit zwei drei weiteren personen zusammen das projekt in angriff nehmen eine person hat sich schon weit listen lassen die wird auch definitiv mitspielen und ja mich würde es freuen wenn noch eine frau ein mädel was auch immer und noch ein kerl dazu kommen oder zwei kerle aber wäre schon irgendwie seltsam wenn man ohne frau dort landet und als vierer mann team nur wirklich man versuchen muss zu überleben ähm da wäre schon praktisch wenn mindestens eine oder zwei frauen dabei wären ist aber nicht zwingend erforderlich so und ihr müsst euch natürlich an regeln halten können und was ist noch geplant ich werde mein äh großes minecraft mod projekt ähm das steampunk projekt nach meinem umzug in angriff nehmen ich habe wirklich tolle mod vorschläge bekommen äh die mods werde ich mir dann im einzelnen angucken das werde ich noch vor dem umzug machen bevor ich bei meiner ex frau ausgezogen bin und dann werde ich so nach und nach wenn ich dann in meiner eigenen wohnung wohne und Zeit habe weil die kinder vielleicht mal nicht bei mir sind äh werde ich mich so heransetzen die mods testen auf dem server einspielen gucken wie sich die mods untereinander vertragen ob man vielleicht ein paar rezepte abändern sollte muss ähm ja dann muss dann auch die map vorbereitet werden da wir auf der testwelt einen richtig geilen spawn gebaut haben im steampunk style und den möchte ich halt gerne als spawnpunkt auf der map in dem projekt nutzen und ja ansonsten was ist noch geplant eventuell ein code in exiles rp da muss ich dann schauen ob ich das aufnehme oder streame ähm ja ihr habt richtig gehört streamen auf twitch werde ich das dann machen je nachdem für was ich mich entscheide ähm denn mittlerweile habe ich die möglichkeit in einer ordentlichen qualität zu streamen und ja mehr gibt es eigentlich hauptsächlich erstmal nichts zu sagen zu den kommenden projekten ähm es wird ein paar singleplayer projekte geben eventuell auch wieder ein paar multiplayer projekte mit diversen mitspielern je nachdem wer lust und laune hat auch das auf die projekte wer lust und laune und zeit hat ähm ja es können auch gerne neue gesichter dazu kommen wenn wenn wir jetzt zum beispiel so ein game zocken wie aion so ein open rp äh open world rp äh multiplayer game ihr könnt euch gerne melden denn in gruppen macht es mehr spaß als zu zweit oder zu dritt oder zu viert dann kann man vielleicht auch schon so eine richtig schöne allianz gründen von anfang an und ja also ich freue mich über jeden der an den projekten teilnimmt und ja kann ich jetzt eigentlich wie gesagt nicht dazu sagen weil wenn ich jetzt zu viel verrate dann kommen irgendwelche auf die idee das zu kopieren und nachzumachen und vorfälschung zu bringen und das möchte ich versuchen zu vermeiden ja gut da haben wir jetzt in zwei themen gehabt einmal den verkackten artikel 13 worüber ich mich nicht wirklich äußern möchte außer dass das totaler bullshit ist und die meinungsfreiheit damit zugrunde geht aber gut ähm mehr kann ich dazu nicht sagen das ist einfach nur totaler scheiß was die politiker da machen anstatt mal den einzelnen bürger zu fragen entscheiden die über unseren kopf hinweg was richtig für uns ist dabei wissen die gar nicht was wir für richtig halten die denken das einfach nur und setzen das um und fertig ähm da muss sich definitiv in der politik was ändern und wenn sich da nichts ändern ändert brauchen wir sich auch nicht wundern wenn die bürger auf die straße gehen wenn es zu demonstrationen kommt und dann irgendwann wieder eine halbe stadt in schutt und asche liegt was natürlich dann wieder den steuerzahler betrifft weil der dafür blechen muss aber gut aber gut wenn die politiker denken das ist richtig so sollen sie weitermachen sie werden schon sehen irgendwann fallen sie auf die fresse und ja gut was haben wir durchgekauft artikel 13 meine meinung habe ich gesagt meine neuen projekte gibt es sonst noch irgendwas zu sagen nö von meiner seite her nicht ähm ansonsten oh ihr könnt mir wie gehabt in die kommentare schreiben was ich denn mal äh noch anstreben soll bei Alice 19 ob ich mir vielleicht noch eine Pferde Pferdestall zulegen soll oder ähm eine Kuhzucht oder was ich noch so machen könnte wo ihr denkt da stell ich mich doof an das wird mir eine lustige Folge und ja schreibt alles in die kommentare was ihr wollt so wir haben ja aber noch 800.000 wir werden uns gleich noch ein bisschen was kaufen was wir nicht benötigen werden und ja dann stell ich hier jetzt gleich meinen Helfer ein vorher den Drescher noch ein bisschen richtig hinstellen äh so du arbeitest dich muss man jetzt hier wegfahren damit er das nächste Feld auch gleich machen kann äh ja ich und Trecker fahren das wird im Leben nie was werden äh so ähm hier wir schauen mal wir besitzen 1,2,3,4,5,6,7 Felder das ist alles Sojabohnen das ist Weizen hier kommt Zuckerrohr hin ähm Land Wasser hm müssen wir nicht unbedingt was kaufen ähm ja Weizen bei den Hühnchen ist voll ähm ja Weizen bei den Hühnchen ist voll Questen müssen wir nicht unbedingt warum auch ich kaufe mir lieber die Felder und mach das selbst natürlich mehr raus ähm gut dann guck mal was der Shop noch so alles zu bieten hat ja ich würde ja gerne einen Anhänger haben womit ich Paletten transportieren kann leider Gottes gibt es hier aber nicht sowas was ich schade finde ähm Anhänger ja normalerweise müsste dort sowas drin sein weil bei Tieflader ist immer viel Autos ähm bei Gewichte wird oben drin sein nein Transport Anhänger Schneidewerk ähm Transport mit einem Schnei Schneidewerkswagen können schneiden Schneidwerke sicher transportiert meine Güter schreit doch Baumstämme hin Och Gott ey Tiertransport kann man auch keine Paletten transportieren das ist jetzt gesetzt wir könnten uns allerdings eine zweite Sähmaschine holen ähm wo sind sie denn LKW Mähdrescher welchen hab ich denn den den RSM 161 den da dann kaufen wir uns den natürlich gleich noch einmal so jetzt muss ich gucken was hab ich für ein Schneidewerk ähm das Freeflow 25FT ähm hier Freeflow 25FT das da Kaufen Kaufen Yo Todgurkel hat Geld gerät läuft bei dir ähm ja dann holen wir uns jetzt das ab und danach geht's weiter dann können wir nämlich die Sojabohnen abernten die sind die überhaupt schon fertig im Wachstum okay egal es wird gekauft gehört das Stück hier eigentlich mir das würde mich jetzt mal interessieren ähm da bin ich weil dann könnte man doch hier eigentlich Tatsache das gehört mir ähm kriegt man hier einen Pferdestall hin oder hier könnte man eigentlich richtig gut einen Pferdestall hinbauen ganz ehrlich ganz ehrlich äh ja das Stück gehört mir äh äh ne hier stopp da äh Tierhaltung Hundehütte brauchen wir nicht haben wir nicht Hühnerstall haben wir einen kleinen Bereich Pferdestall wie groß ist der hä 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 nein dann nehmen wir dann doch lieber einen kleinen äh wie drehe ich den nochmal jetzt so drehe ich die Kamera äh äh achso ja komm das Stück noch so weit wie es geht ja komm ja komm das Stück noch so weit wie es geht äh äh scheiße ich hab nicht gewusst dass das so groß ist ey wir holen uns erstmal schnell den Mähdrescher äh äh ähm ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben wo man am besten ein Pferdegehege hinbaut ansonsten werde ich irgendein Feld kaufen und das dem Erdboden gleich machen und dort die Pferdekoppel hinbauen äh haha in der Fahrt angekoppelt äh ach Gott so aber das mit der Pferdekoppel dem Feld werde ich dann in der nächsten Folge in Angriff nehmen ich hoffe es hat euch gefallen ja lasst einen Daumen nach oben da lasst Kommentare da schreibt mir in die Kommentare was ich wie machen soll kaufen, verbessern, wie auch immer und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge bis dahin bleibt entspannt genießt den Tag und Bye Bye